Welche Fallstricke haben Anleger zu beachten, wenn sie mehrere Investmentfonds oder Vermögensverwalter einsetzen? Wir hatten jüngst ein Gespräch, ein Unternehmer hat seine Firma verkauft vor einigen Jahren. Der Erlös wurde verteilt auf sechs verschiedene Vermögensverwalter. Man wollte schließlich das Vermögen streuen und keiner Bank traut man so 100%, weil schließlich kann jeder mal daneben liegen. So seine Einschätzung. Nun sind einige Jahre vergangen und das Bild stellt sich wie folgt dar. Wir sehen hier die sechs verschiedenen Strategien, die alle sich in einem ausgewogenen Anlageprofil beschäftigen. Und konkret sagt der Anleger, naja gut, diese beiden Vermögensverwalter hier unten, die haben ja nicht sehr gut performt. Vielleicht sollten wir die austauschen. Mit den anderen vier hier oben bin ich ganz zufrieden. Also ist es nun sinnvoll, den Fokus auf die beiden zu legen, die hinten dran liegen? Oder haben wir vielleicht darüber hinausgehend Themen, die von größerer Bedeutung sind? Zunächst vergegenwärtigen wir uns, auf welcher Ebene welche Entscheidungen getroffen werden. Wir sehen hier die Rendite-Risikoumgebung. Die trifft der Anleger bewusst. Also wie soll die Verteilung von Aktien zu Anleihen sein? Wie ist meiner Warte das Verhalten besonders auch in Krisenphasen nach unten? Dann im nächsten Schritt trifft man eine Auswahl für den Manager. Im konkreten Beispiel die sechs gezeigten Strategien sind alles renommierte Banken und Fondsgesellschaft. Noch diese Auswahl entstand eben sehr bewusst. Aber was unbewusst erfolgte, dass mit der Wahl des Managers hat man auch eine Auswahl über den Investment-Stil getroffen. Wie funktioniert Risikomanagement? Was sind die Kriterien für die Auswahl innerhalb der Aktienquote? Dienen die Anleihen eher der Stabilisierung des Wachstumsmotors, also der Aktien? Oder sind die Anleihen auch selbst ein Rendite-Treiber? Und der Manager geht hier verschiedene Arten von Risiken beim Thema Duration oder Kreditrisiko ein. Und abschließend natürlich, was macht der Manager? Na klar, der entscheidet über die Allokation zwischen den Vermögensklassen, über die Allokation beispielsweise bei den Branchen innerhalb der Aktienquote und natürlich auch über die Selektion also der konkreten Wertpapiere. Und wenn wir uns mal das Ganze betrachten für diesen konkreten Fall mit diesen sechs Verwaltern, dann sehen wir das folgende Bild. Wir haben hier unsere Vermögensverwalter. Wir haben eine ausgewogene Benchmark, die sich zusammensetzt aus 50% globalen Aktien, 45% globalen Anleihen, allerdings währungsgesichert und 5% Gold, also 50, 45, 5% die Verteilung. Was wir schon sehr gut sehen, das ist das eine, die Verwalter in Summe waren etwas schwächer als die Benchmark. Wenn wir noch etwas Kosten addieren würden, dann sehen wir trotzdem, dass die Verwalter leicht drunter liegen. Wir sehen beim historischen Risiko liegen wir sehr eng beieinander. Und wie gesagt, die Gesamtrendite über diesen 5-Jahres-Zeitraum absolut natürlich sehr positiv mit 30% relativ in Relation zur Benchmark. deutlich weniger, aber das liegt auch daran, dass natürlich kein Anleger wie auch kein professioneller Verwalter den MSCI World so hoch gewichtet hat. Wir wissen alle um die Konzentrationsrisiken, die Themen rund um Big Tech, die uns aktuell begleiten. Also was nehmen wir an dieser Stelle schon mal mit? Und wir sehen das hier auch schon mal sehr gut, wenn wir uns nochmal das hier unten anschauen, die Upside-Downside-Capture. Das zeigt uns an, wiederum über die 5 Jahre, wenn unser Vergleichsmaßstab, den ja der Anleger vorgegeben hat, gestiegen ist, dann haben wir unsere Verwalter in Summe 93,7% dieser positiven Wertentwicklung mitgenommen. Allerdings, wenn der Markt gefallen ist, dann haben sie sogar 106% mitgenommen. Und das ist natürlich ein Punkt, die relative Betrachtung immer dahingehend vorzunehmen, wie viel Prozent partizipiere ich an einer positiven Bewegung meines passenden Vergleichsmaßstab und wie stark an der negativen Entwicklung. Und dieses Upside-Downside-Capture, das gilt es natürlich über die verschiedenen Zyklen im Blick zu halten. Wenn man das weiterhin betrachtet, dann stellen wir fest, beim Blick auf die Beiträge zum Risiko, dass wir, wenn wir das hier schauen, die ausgewogenen Vermögensverwaltungsstrategien in Summe mit einem Risiko von 9,33%, die Benchmark von 9,15%, also wir sehen auch, die Rendite-Risikoumgebung, die ja der Anleger vorgibt, die ist zu 95% darüber entscheidend, mit welchem Risiko, mit welchem Verhalten der Anleger konfrontiert ist. Und darüber hinaus sehen wir eben auch, dass die Aktienquote selbst ja auch rund 90% des Gesamtverhaltens hier determiniert. Und auch das hat ja der Anleger vorgegeben mit seiner Vorgabe, er möchte balanced, ausgewogen investieren, mit der Übersetzung auch in die Benchmarks, in die Vergleichsmaßstäbe, die die Investmentfonds in ihren Regularien vorsehen oder die sich entsprechend in den Anlagerichtlinien der Vermögensverwaltungsverträge finden. Doch hat unser Anleger nun mit der Wahl der Manager nur eine Entscheidung getroffen für das Big Picture, für die grundsätzliche Rendite-Risikoumgebung? Nein, auch mit der Wahl der Manager hat er ja eine unbewusste Entscheidung getroffen für den Stil. Sie haben beispielsweise Manager, die setzen auf Unternehmen oder auf Aktienauswahlselektionskriterien, die beispielsweise auf hohen Eigenkapitalrenditen basieren, günstiger Verschuldungsquoten, allgemein dieser qualitätsorientierte Ansatz oder Growth at a reasonable price oder Quality, den findet man momentan sehr, sehr häufig, weil der sich auch oft überlappt. Das war ein sehr erfolgreicher Stil in den letzten Jahren und deswegen sehen wir auch viele Manager, dass sie diesen fokussieren. Aber nochmal, diese Stilfrage hat ja der Anleger mit der Wahl des Verwalters oder mit dem Kauf des jeweiligen Investmentfonds selbst getroffen. Und wir sehen das hier nochmal dargestellt, auch die Kriterien innerhalb der Aktienquote. Da sehen Sie im Endeffekt auch die Benchmark in der Ausprägung gegenüber dem Durchblick auf unsere Vermögensverwaltungsstrategien. Sie sehen auch schon, das ist relativ eng beieinander. Wir sehen aber sogar noch stärker, dass die aktiven Verwalter in Summe das Thema Wachstum etwas stärker betonen. Die meisten sind zwar untergewichtet in Relation zum Index, was die Technologie Schwergewichte betrifft, aber in Summe ist das Thema Quality, Qualitätsaktienauswahl momentan doch sehr dominiert. Besonders auch bei den vier Verwaltern, die wir gesehen haben, die ähnlich eng beieinander waren, also die im Rückblick ähnlich gut performt haben. Die anderen beiden waren wohl bei den Aktienstilen etwas unglücklicher, zumindest beim Blick in die Vergangenheit. Das heißt, wenn wir es im Fazit betrachten, dann stellen wir fest, dass auf Ebene des Anlegers wird viel mehr entschieden als allgemein angenommen. Es gilt vor allem zu differenzieren, was sind bewusste Entscheidungen und was sind eigentlich unbewusste Konsequenzen, die der Anleger und so wird das natürlich auch deutlich gar nicht realisiert. Im nächsten Schritt natürlich auch offensichtlich mehr Sorgfalt und laufende Überwachung notwendig und mehrere Verwalter und auch Investmentfonds führen nicht automatisch zu mehr Diversifikation. Das gilt natürlich nicht nur, wenn Sie verschiedene Vermögensverwaltende Ansätze kombinieren, sondern es gilt auch dazu, wenn Sie beispielsweise selbst Aktien auswählen, wenn Sie selbst eine Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen vornehmen oder wenn Sie beispielsweise verschiedene Aktienfonds, seines aktiven Fonds oder passive ETFs kombinieren. Auch hier gilt in vielen Fällen der Blick auf die grundsätzliche Rendite-Risikoumgebung, die der Anleger selbst vorgibt, die ist hier sehr, sehr wichtig. Und als letzten Punkt, wie auch in unserem Praxisbeispiel, jetzt hier zu sagen, naja, ich nehme die zwei schlechtesten Manager raus, das sind mit Sicherheit die falschen Stellschrauben. Viel wichtiger ist der Blick auf das große Ganze. Fein zu justieren, ist die Rendite-Risikoumgebung die richtige? Wo muss ich vielleicht etwas anpassen, um diversifiziert zu sein? Und dann werden viele Anleger feststellen, Sie brauchen weniger verschiedene Manager, die etwas Ähnliches tun, sondern Sie brauchen verschiedene Strategien, die sich in unterschiedlichen Marktverläufen leicht unterschiedlich verhalten, damit Sie dann eine vernünftige Diversifikation haben, weil am Ende des Tages nutzt es ja wenig, wenn alles steigt und der eine Manager macht plus 11 und der andere macht plus 10 und wenn alles gemeinsam fällt, macht der eine minus 11 und der andere minus 10, sondern Sie brauchen natürlich Strategien, die sich unterschiedlich verhalten und durch die gleichgerichtete Entwicklung auf der Index-Ebene plus dem gleichgerichteten Verhalten bei vielen Anlagestrategien, gerade bei denen, die die letzten 5 Jahre erfolgreich waren, ist es natürlich Aufgabe des Anlegers oder seines Beraters, diesen Gesamtzusammenhang im Blick zu halten und da sehen Sie hoffentlich, dass die Fragestellungen deutlich vielschichtiger sind, als nur zu sagen, ich nehme den letzten beiden Managern ihr Geld weg und gebe es denen, die am besten gelaufen sind, weil das ist am Ende des Tages natürlich prozüglich und daher wird auch deutlich, warum der Anleger häufig viel mehr entscheidet, als ihm im ersten Blick oder auf den ersten Blick bewusst ist. Ich hoffe, Sie konnten einige Anregungen mitnehmen, ich darf Ihnen nur das Beste wünschen, bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.